Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau 30 Sekunden, das könnt ihr sogar gerade über meiner Facecam sehen, habe ich jetzt mal extra eingeblendet, damit wir ungefähr sehen können, wann sich der wunderschöne Itemshop aktualisiert. Aber davor gerne das Video liken und ganz ganz wichtig, gerne gerne Kanal abonnieren, falls ihr neuer seid. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass noch mehr Marvel Items reinkommen werden. Vielleicht Eddie Brock, denn der fehlt ja immer noch. Das wäre heftig, wenn der reinkommt, denn es ist aktuell der seltenste Marvel Skin, wurde geupdatet. Sollte also irgendwann mal kommen. Die Frage ist, wann wird das heute passieren? Bitte. Hier hat sich ne... Oh mein Gott. Oh, okay. Musik kennt man. Tanz bestimmt auch ist wieder so ein typischer TikTok-Dance. Ja, safe, safe, safe. Das ist wieder so dieses typische, ja, safe, 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 safe. Viele von euch werden es feiern. Safe. Hier nochmal der Dance ohne Musik, wegen Copyright halt. Aber hat man eh zu Beginn des Videos gehört. Ja, ist, ist okay. Kann man mitnehmen. Dann hab, oh, wir haben heute, boah, wir haben heute richtig viel Neues. Fällt mir gerade auf. Wisst ihr, warum? Wir haben heute richtig, richtig viel Neues. Das ist krass. Das fängt ja schon wieder gut an, der Fortnite-Item-Shop. Die ist nämlich auch neu. Und zwar der Zweitstil von ihr. Der Standardstil ist ja der hier. Ist normalerweise auch, glaube ich, immer ein Halloween-Skin gewesen. An sich ist der Skin not bad. Keine nervigen Seitentaschen. Lässt sich gut spielen. Und jetzt gibt es den mit diesem Stil seit letzten Dienstag. Jetzt ist er hier verfügbar für alle. Wenn ihr euch den Skin kauft, bekommt ihr den natürlich oben drauf. Ja, die Frage ist, welchen Skin-Stil finde ich besser. Hm. Boah, ich würde irgendwie sagen, den hier anstatt den hier. Aber der ist auch jetzt nicht so schlimm. Passend dazu gibt es die Lego-Variante. Hm. Ja, da fehlt halt wieder gefühlt alles. Backpack. Ja, geht so. Was haben wir hier? Spitzhacke. Oha. Könnte eventuell so eine seltene Spitzhacke sein. Äh, ich schau mal nach. Vielleicht gibt es heute wieder eine krasse Eskalation von der Seltenheit her. Aber der Sound ist ja mal richtig gut. Not bad. Und wir haben hier Gesandte. Gleich haben wir noch ein neues Emote, was richtig, richtig cool ist. Gesandte, ja, ist in Ordnung für 800 V-Bucks, machen wir nichts verkehrt. Und hier, ja, ja, die Haare sehen ein bisschen lost aus von vorne. Aber ansonsten würde man schon erkennen, dass es hier ist. Bei dem Emote gibt es eine Besonderheit. Besonderheit. Und zwar schneidet sie drei verschiedene Logos raus. Einmal eine Banane. Dann müsste sie jetzt mit ganz viel Glück das zweite da rausschneiden. Es gibt nämlich drei Versionen davon. Haben wir Glück? Hm. Soweit ich aus den Links gesehen habe, gibt es hier normalerweise drei, ah, wir müssen warten. Drei Versionen eigentlich. Lama vielleicht? Genau. Banane, Lama. Und es müsste noch irgendwas verfügbar sein. Also wir müssen die Maut einfach öfter abspielen. Dann, jetzt kommt das letzte. Wir hatten Banane, Lama. Und jetzt Banane. Komm, ein Try gebe ich ihr noch. Ein Try gebe ich dir noch. Auch wenn du jetzt nichts anderes da raus machst, dann skippe ich dich aber sowas von schnell. Okay, wir haben einfach Pech. Wir haben einfach Pech. Aber das sind jetzt hier die neuen Gegenstände heute vom Shop. Falls ihr mich supporten wollt, denkt daran hier drauf zu drücken. Einmal hier. F, E, R, J, O, S, J und T. Könnt ihr übrigens auch eintragen, falls ihr euch nichts kaufen tut. Einfach eintragen, supporte genauso. Haken abwarten. Also erst auf Suchen drücken, dann Haken abwarten, abbrechen drücken. Jetzt haben wir hier den nächsten Bereich. Uh, da unten haben wir noch mehr. Hm, kann ich schon mal spoilern wegen seltenen Items? Würde ich nämlich gerne. Weil ich will selber wissen, ob heute was Seltenes da ist. Oder nicht. Komm schon, irgendwas Seltenes, bitte. So, Seltenes heute. Mhm, 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 ja. Äh, ja, okay. Mhm, ja, okay, 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 okay. Okay, schauen wir uns erstmal hier den Bereich an. Äh, Skin ist richtig fresh. Für 800 V-Bucks macht man nichts verkehrt. Lego-Variante finde ich nur irgendwie ein bisschen komisch. Die Haare finde ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ja, ist auf jeden Fall gut getroffen. Bis auf das Logo von der Mütze fehlt da. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Weiter geht's. Das ist ein krasser Skin. Ja, dieses Feuer animierte da finde ich cool. Den ersten Stil finde ich ein bisschen langweilig. Aber der ist crazy. Und vor allem, sein Backpack ist oder so das Geilste. Er ist meine Lego-Variante, würde ich so oder so erkennen. Das ist er, zu 100%. Mh, Backpack ist cool. Vor allem, das gibt das hier so in Feuer. Und einmal so in der Farbe. Beide sind irgendwie cool. Ja, safe. Äh, Emote. Die geht ab. Ist aber nicht selten gewesen, das Emote. Und das Emote ist auch richtig, richtig wild. Ja. Das habe ich mir in Season... Season, Season, Season. Wo steht denn das hier nochmal? In Season 9 sofort geholt, dieses Emote. Einfach, einfach, einfach schmackhaft. Wie selten war denn das Ganze? War das irgendwie überhaupt der Redewert selten? Und zwar... Mh, ja. Lass mich gucken. Ja, nee. Das Emote hier ist 38 Tage alt. Und das ist stolze 40 Tage alt. Hier oben. Das hier ist 88 Tage alt. 88, 41. Und das ist natürlich neu. Weiter geht's. Der Shop hat sich noch ein bisschen mehr geändert. Alter, heute ist ein bisschen was reingekommen. Nicht nur ein bisschen. Äh, Skin ist heftig. War da irgendwie selten gewesen? Der Skin war zuletzt im Itemshop vor ganz genau 33 Tagen. Skin hat zwei Stile. Einmal mit Maske. Mh, ohne Maske finde ich ihn deutlich besser. Ja. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ja, Lego-Variante finde ich gut. Die hier, ja, waren schon tausendmal da gewesen. Ich hoffe, dass die Formel-1-Skins irgendwann auch wirklich rauskommen mit den Marken. Mercedes, McLaren, glaube ich, war da auch noch dabei. Aber die wurden ja leider gelöscht. Auf die können wir noch lange warten. Lego-Variante ist auch noch bad. Die waren zuletzt im Itemshop vor 41 Tagen. Die Spitzsacke aber sieht ein bisschen anders aus. Bei der ist es so, 145 Tage nicht da gewesen. Gibt es auch hier mit verschiedenen Stilen, ja, Spitzsacke. Sound finde ich halt crazy gut. Das hier, mh, wild. Aber nur 46 Tage alt. Das war schon neu gestern im Shop da gewesen. Können wir also skippen. Der letzte Bereich von heute sieht so aus. Dieser Skin hier ist 132 Tage alt gewesen. Ja, ist okay, der Skin. Lego-Variante ist richtig trash. Skin, ja, geht so. Du bist, wie selten gewesen, 159 Tage. Es wird aber noch ein bisschen seltener. Zwar nicht so krass wie gestern, aber immerhin was Seltenes. Lego-Variante kann man lassen. Der ist ein bisschen seltener. 298 Tage nicht im Itemshop da gewesen. Finde ich cool, den Skin. Lego-Variante geht so. Du bist das seltenste heute vom Itemshop mit 364 Tagen. Ja, ist okay, der Skin. Lego-Variante ist trash. Backpack ist auch nicht so meins. Spitzsacke ist 161 Tage alt. Der hat so einen schmackhaften Sound. Die ist cool. Dann haben wir hier den immer noch weiterhin im Shop. Der ist seit gestern neu. Ein Auto ist rausgeflogen, wie ich sehen kann. Musikpakete haben sich hier unten nicht geändert. Der hat der Weekendzeit immer noch seine Shop-Miete fleißig weiterhin. Und ansonsten, was ist auch hiermit gewesen, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst, euch zu zeigen? Nö, habe ich gezeigt. Nö, dann sind wir hier fast so gut wie durch. Ansonsten, wie gewohnt, checkt auf jeden Fall die letzten Videos ab. Falls ihr irgendwas verpasst haben solltet, wir bekommen demnächst ein Mini-Battle-Pass. Neues Event, Gratis-Items und mehr. Ansonsten, falls ihr gut haben braucht, checkt die Beschreibung ab, so wie jeden Tag. Ich pinne euch alles unten in den Kommentaren an, weil viele von euch fragen immer, ey, wo ist eigentlich die Beschreibung? Ich will mir PSN-Karten günstiger kaufen. Ja, checkt das auf jeden Fall ab. Ich pinne euch jeden Tag immer einen Kommentar an. Ihr könnt auch übrigens in die WhatsApp-Gruppe joinen. Es fehlen, glaube ich, noch so 30 Leute, da haben wir 6.000. Kommt gerne rein, dann verpasst ihr auch somit keine weiteren Videos mehr. Und falls ihr bisher geguckt habt, kommentiert einfach neu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.